Sous Ladies and Gentlemen Wir spielen wieder Sniper Lead 2 mit dem Florian fucking Funemann und dem fucking Blacky Mike oder auch Mega-Chill genannt Ja und ich warte nur noch bis du hier bereit bist Stimmt Easy Wir sind bereits in der vierten Mission Ich bin bereit Ich bin bereit Ich bin bereit Da die Roten und die Nazis sich auf der Museumsinsel gegenseitig die Scheiße aus den Ärschen prügelten hatte ich mir etwas Zeit verschafft Ich begab mich zum Opernplatz, wo Schweiger gefangen gehalten wurde Mein Auftrag war, ihn zu töten Aber jetzt versuchte ich, seinen Arsch zu retten Komisch, wie sich alles ändern kann Schau Pfeife Hier sieht man übrigens ein Jugendbild von Til Schweiger Nee nee nee, das ist nicht Til Schweiger Das ist Til Schweiger's Papi Ah, das kann auch sein Okay, wir starten hier ganz oben auf der Karte und müssen hier ganz runter Warte, Karte? Vermut ich mal Zum Opernplatz Ja, aber Ah, nee, das ist, ah, die Mission, die kenn ich auch Kennst die, oder? Mozima Nagat Ja, schau, jetzt hast du die auch Ja, ja Ach, neue Gegenstand, die muss ich jetzt freischalten, verdammt Übrige Gegenstände Das, ah, okay, die machen Ich nehme jetzt mal eine andere Pistel Ja, ich nehme die Lube Ich nehme den Colt Ähm, die deutsche Stilhandgranate Handgranate Ja, ich lasse die Stilhand da und nehme die kleineren Granaten, die sind besser Nein, die deutsche Granaten müssen her Die deutschen Granaten müssen her Die deutschen Granaten Entschuldigung Ich bin bereit Ich bin bereit Ich bin bereit Jederzeit Du bist Ja, wir haben ja hier immer die Explosion Mhm Lass noch ein bisschen vorlaufen, dann schießen wir sie ab Ja, ja, chill, chill Fällt doch keinem auf hier, wenn da ein Ding einschlägt Artillerie, wow, da läuft jemand Ja, und? Das sieht uns nicht Jetzt, ich schieße einen weg Hab einen Ich auch Auch einen Ja, nice Ich glaube, das waren erstmal alle Laufen weiter, oder? Da rechts ins Haus rein Ja, das ist viel besser, als die andere, Alter Immer schön nachladen Ja Kannst nicht rein Hey, da kam der andere da aber grad raus Ja, der hat Keine Ahnung, die Tür kaputt gemacht Die Tür ist doch noch drin, ey Ja, aber der hat Keine Ahnung Der hat halt zu fest zugehauen Hab ich hier rechts, kann man glaube rein Ja Ja Oh ja Yo Lauf du hier rechts, ich lauf vorne rum Okay Also ich probier's zumindest mal, schau mal ob die Gegner sind Okay 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 Hier ist nix Was? Alter, ich dachte, da steht jemand auf dem Dach, da sind das Statut Was? Okay Ah, ich kann hier in ein Haus rein Ja, dann geh mal rein, dann müsstest du mich gleich sehen Und aufs Dach gehst, oder halt so weit hoch wie möglich Ja, ich seh, oh, hier ist einer, hier ist einer Da sieht mich Da sieht mich Ja, da Kannst ja sowieso fast die ganze Zeit schießen, weil es die ganze Zeit Explosionen gibt Ich warte nur bis wieder ein Ding kommt Ja, sichere den Platz Okay, ich hab' weg Okay, ich seh' hier noch einen Ich seh' hier noch einen Wanderbar statt der Explosion Dann geh' ich ins Haus hoch Bams Müssen auch immer wieder nach Snipern Ausschau halten Ja Oberboss Weißt, dass ich gut bin Der hab' ich auch schon gehabt Ah, ich seh' noch einen Wo denn? Bei mir im Haus Siehst du mich? Ne, ne, das war ein Gegner Nein, nein, ich mein' ob du mich allgemein siehst Äh, ja Ich bin hier oben im Haus drin Ja, ich weiß Kannst auch rein, wenn du willst Geh' einen Den mach' ich Ich geh' mal weiter hoch Mach' mal, ja Bams Ruhig Ruhig brauchen wir Ganz ruhig Okay, hier oben Ah, Gold Ich hab' Gold Okay, nice Hä? Ich kann hier oben auch, äh Rausschauen Auf dem Platz stehen Zwei Bam Äh, ja gut Ich geh' dann wieder Auf dem Platz noch welche, oder? Ja, zwei Stück Die, die patrouillieren Wo? Die patrouillieren um die, äh, Statuen rum In der Mitte Um die in der Mitte? Ja Ja Siehst mich hier, oder? Ja Wo? Ja, ich seh' halt einen Punkt, weißt Fuck, mich hat grad irgendwas abgeschossen, ich weiß aber nicht was Da ist noch ein Scharfschütze, ist klar Hä, mich hat der grad auch gesehen Markier den mal, bitte Okay Warte Warte ich's Aber direkt auf zwölf Uhr ist noch mal einer Ja Haben wir uns entdeckt Jojo Ne? Den mach ich Jetzt komm Hast du den weg? Ja, ja, ja Aber ganz hinten, direkt auf zwölf Uhr, wir müssen noch welche sein Ja, ich weiß In der offenen Tür Oder im Fenster, oder was das sein soll Am Fenster, ja Am Platz gibt mir auch noch einer Zwei sind da noch Du, es ist einfach von hinten und ich Ja, einer ist weg Geh ein bisschen vor Ich muss Deckung Konzentrier dich lieber auf die von hinten Ja, ich muss schnell nachhören Ja, wo? Wo denn? Was? Siehst du dir nicht ab, wo er mich grad abgestimmt hat? Ja, ich bin dabei Der ist tot Irgendwo Wo? Da Ich seh noch einen Sniper Fuck man Der ist tot Der Sniper ist weg Ok, ich muss erstmal in Deckung wieder ein bisschen Irgendwo ist noch ein Sniper Ach du Scheiße Hetzt der sich jetzt auf die Sandzäcke drauf, so ein Idiot Da ist noch einer Stolper nicht Stolper nicht Stolper nicht von der Treppe Da ist noch einer Weltrekord WTF Ja, das ist auf Distanz Ja, auf Distanz Nee, 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 das ist doch ein anderes Ok, die viele, ah, von Mitte kommen auch Da, wo vorher der Sniper war Ja, da kommen von überall So eine Blattsäubin, der ist super Wie willst du den Blattsäubin, wenn die überall hier kommen? Das ist einfach Einer weg Ähm Geh jetzt hier rechts rein Ja, mach das Da ist ein Bunker, Alter, mitten hier drin Das ist der Führerbunker Bitten in dieser schönen Gegend Das ist der Führerbunker Ich muss auf dich warten, das ist doch assi Ja, sorry Ich komm auch gleich Ja Such dir mal einen Platz, wo du mir Deckung geben kannst, dann komm ich auch Ja, wenn du ganz hinten rum, also rechts rum läufst, dann müsst es gehen Ok Müsste ich dir nochmal Deckung geben können Also ich lauf jetzt aus dem Haus raus? Ja Nee, hauptsächlich Gerade auf mich Achso Ich bin gleich da Normalerweise, wenn du, ja genau, wenn du da läufst, geht gut Ich bin gleich da Will noch jemand spielen? Da Also ich glaub ich mach bald nen Weltrekord, um nicht treffen, hey Wir können Wir können Ja, chill halt, lass mich dir noch kurz killen Ich glaub hier oben sind, hier sind auch noch welche drin Also, okay Wir helfen wieder Ja Brauchen wir nicht zu helfen Warte, schau mal, schau mal, schau mal, wie viel Gold ist Äh, schau mal, okay Was? Nix, nix Ich geh mal links Ich geh mal links Ja, bücher bücher Alles uninteressanter scheiß Okay Hä Hä Hier Wir laufen hier einfach durch Stolpermine Ich glaub hier wird jetzt wieder auf so ein Punkt, wo wir irgendwas machen müssen Ja, das kann sein Sag mal ein bisschen Minen verteilen oder so Zur Sicherheit Kannst du Aber nicht, glaub ich Mach mal so ein, zwei Stolperminen Ja, ich setz mal hier auch eine Stolperminen hier oben Was passiert So, einmal Dann hier noch Na, hier gibt's ja eigentlich bloß einen Weg, wo sie herkommen können Ja, und ich glaub ich weiß, wo der erschossen wird Wieso siehst du den Platz, oder? Ich leg hier mal noch das Dynamit hin Wo? Hier, da wo ich stehe Da wo du bist Ja, da wo ich stehe Vielleicht hier mitten in der Mitte Nee, nee Hier Soll ich? Ich hab zwei, glaub' Ja, ich hab schon Okay, jetzt lass uns mal anfangen Jo, alles noch nachgeladen Ich Ich hab mir mal alles nachgeladen Ja, bei mir auch Easy Ah, okay Da haben wir erschossen Abschau Okay, warte, wir müssen die Rechten und den Linken, beide gleichzeitig Oder nur den Mittleren Nee, wir müssen nur den in der Mitte Weigas Papi Also LOL Boah Boah Das Auge Geil Oh nice Wir checken erstmal gar nicht von wo Ach, den müssen wir jetzt, äh Ja, den müssen wir beschützen Da ist's Da ist's Wo will der hin? Zu uns Der will auch auf dem Platz, soweit ich weiß Der ist tot Der ist tot Alter, was? Ja, gar nichts aus Der hält ja nichts aus Neustarten Ja Alter, das wird interessant, du Das wird schwer, Dicke Das wird richtig geil Richtig nice Richtig nice Richtig nice Noi Auf einmal, die hat wieder oben, weißt Und der denkt sich nur so Was? Weißt du, dass die ihn abschießen? Nein, nein, nein Schickt man lieber, äh Mach lieber schon mal wohin Okay Muss nachladen Rutsch mal ein bisschen, ich hab ja keinen Platz Ja, sorry Okay Ich treff gar nichts Ich auch nicht Doch Scheiße Nice Der soll sich mal eine Waffe schnappen, dieser Idiot Der hat eine Pistole Der hat eine Pistole Ja, der kann aber nichts, du Der ist ja auch ein Schweiger Ja gut, das stimmt auch wieder Was wird, wir müssen jetzt komplett bis vor irgendwie beschützen Ja, müssen wir auch Geil Jetzt setzt du mich immer vorne in die Ecke Ja, ich pass hier noch ein bisschen auf das Haus da auf Der geht in das Haus rein, der geht in das Haus rein Alter Alter Da unten sitzt sie halt mal mit 3 MGs oder so Ja, dann machst du halt weg Ja, machst du halt weg Ja, super, wenn die alle auf einem Haufen stehen und auf dich ballern Ist nicht so leicht Wo ist denn das denn geh? Ich seh's gar nicht Ich geh jetzt mal hier im Haus Also ich hab das Haus gemischt Alter, von hinter ihm, hinter ihm Ja, natürlich Weischt, wenn ihr direkt davor steht Stell dich halt den Weg So ein Idiot Alter, das pischt einen richtig an So ein Idiot, der auch noch direkt davor steht, weischt Oh, ja Oh, yeah Ja, und ich werde auch mal wieder abgeschossen Alter, das ist ja richtig So am abradchen Warte, ich komm mal zu dir Vielleicht geht's da besser Ja, hier ist doch einiges besser Ja, hier ist doch einiges besser Oh, fack Nein, 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 nein Nein, 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 nein Aus Oh, nice Happen Bei mir? Ja Habste Gut, vor ihm, direkt vor ihm Ja, ich muss grad nachladen Happen Okay Okay, nice Weischt, der ist der Typ, der geht halt nicht mehr in Deckung oder so Oben, oben, oben Okay Einige Happen Ey, ich seh gar nicht mehr Da Da oben nochmal Nein, du musst nochmal Alter, der verreckt, der verreckt gleich wieder Oh, das ist schon in Deckung Aber ich seh den nicht da oben Ich auch nicht Happen Okay, gut Okay Okay Ey Wo läuft ein Hindel, der jetzt hier gerade aus links rum oder? Der läuft runter, ja Nein, so ein Idiot Na du Platz wechsel, Platz wechsel Nein, 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 ich find hier ist grad gar nicht so schlecht noch Boah Den wollte ich grad Ja, isch, isch egal Ich bin runter, ich bin, ich bin Stockwerk runtergefallen Hä Loll Idiot Ich sehe gar nicht mehr Bei uns vorm, vorm Gebäude Die kommen, das sind jetzt die Und da oben ist ein Sniper Ja, ja, mach den mal bitte Der trifft mich die ganze Zeit Bämst Oberboss, ha Hast du den Sniper? Ja, ja Da ist nochmal einer Happen Okay Ja, Schweigi, komm her Schweigi Schweini Da ist nochmal irgendwo einer Ja, ich weiß nicht wo Wir sehen mich Hä? Der trifft mich aber die ganze Zeit Wo ist denn der? Ah, ich sehe Ach, da oben auf dem Balkon Äh Super, weisch? Jetzt ist er schon weg Doch, da ist er wieder Ja, dann mach mal Ja, komm Ja, komm Schweigi Mann Okay Und jetzt? Wie ist denn noch jemand? Nee, nee, der Schweiger läuft zu uns grad Ah ja Okay, der kommt Läuft gleich wahrscheinlich in unsere Stolpermine rein Wir müssen alles nochmal machen Nee, nee, jetzt ist er erreicht So, so, so blöd stelle ich mir den aber noch vor heute Ah, jetzt müssen wir runter Jetzt noch mal BAMs und abschießen Boots Oh Gott Die Roten kommt Ja, klar Ja, klar Der Kalkopf zählt dann nicht, oder wie? Nee, du bist unwichtig Ich gehe wieder hoch Es geht hier rein um mich, ja? Ich gehe wieder hoch Wir müssen positional Dann müssen wir wieder hoch Alter Falter Junge, Junge, Junge So blöd haben wir uns so lange hier angestellt Ich stell mir jetzt immer blöd an Da auch hin, oder was? Ja, du kannst woanders hingehen Wenn du willst Ja, ich bin hier oben Ja Über dir Ja, okay Ordnung geht Halt die Position Vielleicht muss ich doch zu Ich glaube, von gegenüber kommen die dann Ich glaube, ich muss doch zu dir Nee, nee, die kommen schon Ah, da hinten kommt ein Wagen Ja, ich glaube, ich muss erst bei dir einmal hinkommen Nee, da hinten kommt doch schon Ja Eigentlich nicht, oder was? Was? Boah, man, ich will von einem die Granate treffen, ne Das wäre jetzt nice Wenn die alle noch auf dem Haufen sind Naja, das wäre ja nice gewesen Aber jetzt sind es auch nicht mehr so auf dem Haufen Boah, ich treff gar nichts Ja, auch nicht, was ist da los? Hey, ich treff gar nichts mehr Ich auch nicht Doch, jetzt Ah, voll in den Kopf rein, du Glaub ich Wir haben halt nie Die sofort Ah, jetzt von gegenüber Die von gegenüber, was ist bei dir gegenüber? Da wo das Tor, da wo die Sniper waren Da kommen aus dem Tor, kommen sie jetzt auch Ah, okay Okay, da machst du Da kommt nochmal ein Wagen Oh, weh, da ist schon wieder ein LKW Ja Machst du die, wo von dem Tor kommen Und ich vom LKW immer Ja, okay Irgendwo ist ein Sniper Ich muss nachladen Ja, wenn ein Sniper auf dem Dach ist, dann kann ich ihn schon killen Aber so unten nicht Ja, ich weiß nicht, wo der ist das Problem Oh fuck, ich bin fast tot Hol Ich brauche einen anderen Platz Stolpermine Jetzt kommen sie, sind sie bei uns fast drin Echt? Ja Verdammt Verdammt Stance Ich treffe die, ich treffe die Granaten Ich treffe die, ich treffe die Granaten Ja, ja Auf Distanz Aha Ruhig Oh direkt Und jetzt kommen sie Jetzt kommen sie rein, ja Nachladen Einen habe ich noch erwischt Okay Du kannst ja auch herkommen Ja Jetzt sehe ich keinen mehr Einer ist schon bei mir Einer ist schon bei mir Ja, das war's Ach geschafft Nice Angriff vorbei Angriff vorbei Vorerst waren wir In Sicherheit Ah Ja verrückt Komm Komm zur Sache Gut Und so ist Till Schweiger's OP gestorben Ende Das war's Jo, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Ja, ich schätze schon Ja, dann Schlaf gut Hey, ich war gut, besser wie du Schlaf gut Ja, ciao